Ja, schönen guten Tag aus Cortina. Während die Herren der Riesentorläufer gerade auf der Tofana um Medaillen fahren, befinden wir uns hier schon auf der Slalomstrecke für morgen. Der Truski-Art, eine schwarze Piste hier in Cortina. Hier steigt das Super-Weekend, hier steigt das Grande-Finale bei dieser 46. Alpinen-Ski-Weltmeisterschaft. Mit dem Damenslalom am morgigen Samstag, da ruhen unsere Hoffnungen natürlich auf Katharina Lienzberger. Die holte bereits Gold im Parallel-Event und sensationell auch Bronze im Riesentorlauf. Und ihre stärkste Disziplin, das ist der Slalom. Da ist sie heuer bärenstark unterwegs, war in allen Fünf-Saison-Rennen am Protest. Dreimal Zweite, zweimal Dritte. Der erste Sieg, der fehlt also noch. Aber wer weiß, in ihrer Form ist der vielleicht sogar im Slalom möglich. Die großen Favoritinnen, die kommen natürlich wieder mal aus den USA, ist dabei Michaela Schiffrin, dann die Slowakin Petra Flurva und die Schweizerinnen, Wendy Holden, Michelle Gysin. Also die Konkurrenz ist groß, aber die Kathi, die ist bereit, morgen hier ihre dritte Medaille zu holen. Ansonsten für Österreich am Start noch Chiara Meier, Franziska Gritsch und Katharina Huber. Und dann am Sonntag, Sonntag hier das grande Finale dieser Ski-Weltmeisterschaft, der Herrn Slalom. Und das, das war in den letzten Jahren eine Medaillenbank für die Österreicher. Von den letzten zehn Weltmeistern im Slalom stammen sieben aus Österreich. Unter anderem gab es vor zwei Jahren bei der Weltmeisterschaft in Orre gleich einen Dreifachsieg. Marcel Hirscher vor Michael Maath und Marco Schwarz. Wir hoffen auch heuer wieder auf so ein Ergebnis zum Ende der Weltmeisterschaft hin. Die Chancen, die stehen sehr, sehr gut. Mit Marco Schwarz haben wir den Saisonsieger aus Adelboden und Schladming hier am Start. Mit Manuel Veller den Saisonsieger aus der Flachau. Dementsprechend, die Hoffnungen sind groß. Für Österreich sonst noch am Start. Adrian Bertl und Michael Maath, wir sind bereit für das grande Finale.